guten tag wir haben tag nummer 88 unseres roadtrips und wir stehen hier gerade in einem super spektakulären lord of the rings schauplatz hat sich mega gelohnt hier zu fahren nein wir sind nach denau gefahren haben heute eine dusche genommen nach endlich fünf tagen nicht duschen und war ganz gut danach sind wir ein bisschen rumgecruised und jetzt haben uns das hier angeguckt und dann geht später zur globo im hall und schaue ich euch mal schaue ich mal ob ich euch da was von zeigen kann dann geht es jetzt zum campingplatz von gestern den zeige ich euch heute auch vielleicht mal der ist eigentlich richtig cool und ja das war dann ein kurzer tag tag 8 so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.